Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingestellt habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Gerade kam eine News rein. Laut Medienberichten soll wohl David Kovnatsky sich für Werder entschieden haben. Ist jetzt eine brandheiße News. Und damit ablösefrei im Sommer zu Werder wechseln. Soll sich ja wohl auch eine Immobilie in Bremen schon gekauft haben. Inwieweit das Ganze bestätigt ist oder beziehungsweise was da dran ist, über all das werden wir jetzt hier gleich sprechen. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr direkt zu Beginn des Videos einmal eure Meinung zu David Kovnatsky unten rein. Schreibt unten, Däumchen nach oben da lasst. Ja, da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und jetzt kümmern wir uns um diese Transfer News. Erstmal gucken wir mal auf David Kovnatsky selber. David Kovnatsky ist ein 26-jähriger alter Pole, der aktuell noch bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag steht bis zum 30.06.2023. Das heißt, ab Sommer kann der gute Herr ablöserfrei wechseln. Wir haben auch schon das ein oder andere Mal hier auf dem Kanal über ihn geredet. Man muss dazu sagen, dass bei der Gerüchteküche Mitland oder Mitlönt, ich weiß nicht, wie die ausprobieren werden, Union Berlin, Freiburg und Bremen auf jeden Fall genannt werden. Da waren aber auch noch einige andere Vereine, die immer wieder in Verbindung gemacht worden sind mit David Kovnatsky. Auch Gladbach, Wurzelmünchen Gladbach sollte mal zwischenzeitlich sogar einer der Top-Kandidaten gewesen sein. Und jetzt hat er sich wohl für Werder Bremen entschieden. Das persönlich würde ich sehr, sehr gut finden, wenn das Ganze auch jetzt bestätigt wird. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung von den Vereinen. Deswegen sage ich, wenn das Ganze offiziell bestätigt wird, denn das haben wir aktuell noch nicht. Aber es wäre ein sehr, sehr guter Transfer für Werder und das möchte ich euch erklären aus verschiedenen Gründen. Erstmal natürlich nochmal, wie gesagt, die Info. Wenn eine offizielle Bestätigung kommt, werden wir natürlich das Ganze auch nochmal in einem separaten Video vorstellen. Das ist ja klar. Jetzt geht es erstmal um allgemein den Spielern, warum dieser Transfer denn gut wäre. David Kovnatsky ist 26 Jahre alt, hat in der zweiten Bundesliga 27 Spiele von 29 möglichen gespielt. Eine davon gelb gesperrt, ausgesetzt. Zwölf Tore und acht Vorlagen in der zweiten Liga gemacht mit 20 Scorern in 27 Spielen. Auf jeden Fall einer der Top-Spieler in der zweiten Liga im offensiven Bereich. Die Hauptposition ist eben bei ihm Mittelstürmer, kann eben aber auch wohl auf den Außen spielen. Ich persönlich sehe ihn eher als klassisch Mittelstürmer, aber auch als technisch guten Mittelstürmer. Ich erinnere mich vor allen Dingen auch, ich glaube im DFB-Pokal war das damals, an die Vorlage, die er da mit Hacke, also wirklich eine wunderschöne Vorlage. Hat mich so ein bisschen erinnert, erinnert ihr euch damals an die Situation, wo Weiser sich so durchgetankt hat und mit der Hacke aufgelegt hat für Völkug? So in der Art hat David Kovnatsky den Ball bekommen und dann mit der Hacke den so weitergeleitet, vorgelegt. Und dann, ich glaube es war das 3-0 damals. Ich meine im DFB-Pokal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Schreibt es mir aber gerne rein, wenn ihr euch auch an die Szene erinnert. Auf jeden Fall haben wir ihn schon das ein oder andere Mal beobachtet und uns auch Spiele von ihm angeguckt. Denn dieses Hintergrundgerücht kam ja schon ein, zwei Mal auf, muss man dazu sagen. Ist wie gesagt jemand, der auch technisch was drauf hat und vor allen Dingen auch einen Wiederverkaufswert mitbringt. Denn er ist eben 26, er kommt jetzt ins beste Fußballeralter und wagt praktisch nochmal den Schritt in die Bundesliga, nachdem er ja damals schon mal in die Bundesliga gekommen ist. Und zwar als Rekordtransfer, also was heißt Rekordtransfer, ich weiß gar nicht, wie die Düsseldorfer Rekordtransfers aussehen. Aber für Düsseldorfer ein sehr, sehr mächtiger Transfer, so können wir es glaube ich sagen. Rekordtransfer weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall kam er damals von Sampdoria in der Saison 19, 20 für 6,75 Millionen Euro, also fast 7 Millionen Euro zur Fortuna Düsseldorf. Bei einem, ja, Club, wo man sagt, eigentlich, boah, das ist schon eine Menge Kohle. Er hatte damals einen Marktwert von 7,5 Millionen. Ich meine, er war damals im letzten Vertragsjahr. Und jetzt ist es eben so, dass er aktuell mit einem Marktwert von 3 Millionen nochmal wohl den Sprung in die Bundesliga wagen will. Und da nochmal richtig angreifen will. Nachdem er ja zwischenzeitlich immer wieder so ein bisschen auch Heimwehschwierigkeiten hatte, auch ausgeliehen worden ist nach Lech Posen. Für, ich glaube, eine Saison war das damals, ja, eine Saison, glaube ich, war das ungefähr, kam er zurück nach Düsseldorf und hat jetzt eben eine super Saison gespielt, muss man ganz klar so sagen. Und ich kann mir ihn sehr, sehr gut vorstellen, bei uns in einem A-Doppelsturm für die kommende Saison. Die Frage ist nur, mit wem? Weil David Kownazki mit zum Beispiel einem Dursch kann ich mir eher weniger vorstellen. Da hast du zwei, die eher so technisch sind, aber keinen klassischen Komplettmittelstürmer. Also klar, eher Kownazki dann als Dursch, das würde ich auch schon sagen. Aber persönlich ist es für mich so nicht der Part, wo ich sage, ja, kann vielleicht so sein. Ablösefrei finde ich tendenziell immer super. Ich halte ihn auch für einen guten Spieler, der sich nochmal weiterentwickeln kann. Würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn das Ganze bestätigt wird. Klar, muss man dazu sagen, wenn jetzt Völkow und Dursch gehen, dann wird wahrscheinlich ja ein komplett neues Sturmduhr auch gebastelt. Und Oliver Birk wird wahrscheinlich auch nicht mehr zu uns zurückgehen. Ich denke auch, er wird im Sommer abgegeben und da wird man auch nochmal Geld machen. Heißt eigentlich, drei neue Stürmer müssen kommen. Das wäre vielleicht Stürmer Nummer eins von dreien. Und das würde ich unterschreiben. Also das würde ich wirklich unterschreiben. Dann hast du eine Position von diesen dreien schon mal erledigt mit einem ablösefreien Spieler, mit einem Spieler, der vielversprechend ist, der einen Wiederverkaufswert hat, der bewiesen hat, dass er treffsicher ist, aber eben auch technisch stark ist, das Auge für einen Mitspieler hat und sich eben reinschmeißen kann. Mit 1,86 auch kein kleingewachsener Typ vorne drin. Würde mir so vom Gesamtpackage her eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich bin aber noch ein Stück weit skeptisch, nur in dem Sinne, dass ich halt sage, ey, wenn wirklich Dursch und Völkuchen gehen, dann muss natürlich auch noch ein Kaliber, ein Regal drüber kommen. Aber nochmal, finde gut, dass man einer, der zum Beispiel drei Stürmer, wenn dann, ne, also sagen wir mal Birk, Dursch und Völkuchen gehen im Sommer, also wenn wir mit einem Doppelsturm spielen, muss man mit mindestens vier Stürmern in die nächste Saison gehen, zwei Starter und jeweils eben ein Ersatz. Das ist ja klar. Dann ist das gut gemacht und dann wäre das auch ein guter Transfer. Deswegen, ich bleibe noch abgewartet, bis die Vereine das Ganze bestätigen, das ist klar, aber bis hierhin finde ich das erstmal alles sehr, sehr interessant und kann mir ihn auch gut in der Doppelspitze so als eher spielerischen Part vorstellen. Ich persönlich hoffe dann, dass noch ein Stürmer neben ihm kommt, der so ein absolut klassischer Neuner ist. Also ich würde eher Kownazki so um ihn rum spielen lassen, also so daneben, als Kownazki als Zielspieler zu nehmen und dann noch einen technisch starken zu holen, der vielleicht eher, ja, jetzt nicht die besten Abschlussqualitäten hat, aber dann vielleicht technisch um ihn rum spielt, dass er weniger, dann lieber einen, der nochmal, ja, bewiesen hat, dass er auch in der Bundesliga treffsicher sein kann, beziehungsweise auf so einem Niveau. Und da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Muss aber auch sagen, wie gesagt, dass ich die Herangehensweise hier mit einem ablösefreien Spieler schon mal top finde. Und wir hatten ja auch vor nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen gehabt, wen man eher holen wollen würde, Kleindienst oder Kownazki? Und da habe ich damals schon gesagt, ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte und nur einen von beiden holen könnte, dann wäre es bei mir auch eher Kownazki gewesen, eben zum einen ablösefrei und zum anderen eben mit 26 diesen Wiederverkaufswert, den ich mir bei ihm viel mehr vorstellen kann als bei Kleindienst. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben und schreibt auch mal rein, was noch so für Kandidaten auf dem Markt sind oder wo ihr sagt, ja, die könnten sehr, sehr interessant werden. Ich habe schon ein, zwei interessante Namen gelesen. Ich glaube, da wird es bald mal wieder eine Folge geben. Schreibt es mal gerne rein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung und checkt natürlich auch gerne das Video von Duxch und Füllguck ab und auch Engelhard von heute Morgen. Ganz wichtig nochmal zum Ende. Ein paar Leute haben es ja schon mitbekommen. Ich habe auf meinem Zweitkanal jetzt auch eine neue Videoreihe gestartet und das ist so ein Herzensprojekt. Könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken. Werde ich euch unten verlinken. Würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr da eben mal reinschaut. Und jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen, was haben wir, Dienstag, einen wunderschönen Dienstag. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Nico und ciao. Achso, und natürlich die Meinung zu David Kofnatzky nochmal unten reinschreiben. Wenn der Transfer fix ist, 1 bis 10, wie findet ihr ihn? So, jetzt aber.